Wenn es richtig heiss ist und ich meine Durst löschen möchte, finde ich es ein kaltes Mineral am besten. Mit Kohlesäure, das ist mein absoluter Lieblingsdurstlöstergetränk, klassisch und einfach. Wenn ich Durst habe, trinke ich am liebsten Wasser. Mineralwasser mit Zitronenschnitzen drin, das finde ich das perfekte Getränk. Mein Lieblingsdurstlöster ist lauwarmes Ingwerwasser. Wenn ich Durst habe, greife ich hauptsächlich zu Wasser. Das löst den Durst am besten und bleibst gesund. Mein absoluter Favorit im Durstlöschen ist etwas mit Kohlesäure. Ob das jetzt Wasser oder ein Rivella oder ein Gocci ist, das variiert, aber Blöterchen müssen sein. Zur Zeit ziehe ich Cola Zero vor. Und wenn es etwas mässiger ist, ist ein Kaffee in Latte Macchiato. Mein Durstlöster ist von Migros Vittel Wasser. Also ich trinke auch nur das Wasser, vom Geschmack passt es mir am besten. Bei mir ist es genau das Gleiche. Ich lösche meine Durst auch mehrheitlich mit Wasser, ohne Kohlesäure. Zum Durstlöster nehme ich am liebsten Wasser, Evian. Ich habe fast immer 1 Liter Flasche dabei. An einem heissen Tag bin ich nicht sehr wählerisch. Es geht mir einfach darum, dass ich etwas trinken kann, das kalt ist. Ajax! Ajax! 1 1 2